So gut. Der braucht nur Zeit. Wann noch der in den Winde greift, das ist Wann. Es ist relativ, also ich habe jetzt keine großen Probleme mit den Silos. Bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut. Der ist bei 15. 15 konnte ich dann anbauen. Das hat auch noch genug zu tun. Der ist unter anderem in den Winde. Dieser ist bei mir noch immer kurz. Other morgens, denen wir die Säden auswählen, dass der einen Winde greift, ohne dass die Säden vorhin nicht mehr sinken. Das war die Säden, der das 75-Jäden hat. Untertitelung. BR 2018 Bei was für einer Karte bei der Sosnovka und was für ein Silo? Das am Hof oder das drüben in der BGA? Untertitelung. BR 2018 Ja, da kann ich jetzt nichts sagen. Probier einfach einmal bei der BGA drüben ein Silo aus. Also das am Hof auf der Sosnovka habe ich noch nicht ausprobiert. Da kann ich nichts sagen dazu. Die Kuh ist angewachsen hier. Ops, Kuh, komm. Ops, Kuh. Ops, Kuh. Ops, Kuh. Ops, Kuh. Ops, Kuh. Ops, Kuh. Vielen Dank. 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 Bis später, Jet... Ahem... ... 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